Also es ist eisig, besser gesagt. Wir haben noch so viele Lucky Blocks zu öffnen! Holy shit! Hallo mein Dex, ist er auch wieder da? Hallo, und warum ist der Weissbot auf einmal wieder da? Warum zeigt er jetzt die Follower auf einmal wieder an? Ich hab also Weissbot wieder reaktiviert. Moment, ich mach jetzt auch mal. Äh, Nelzi, danke für den Follow! Ein Lucky Block. Moment mal, es gibt doch Pandora Boxen auch hier, oder? Die können euch auch mal wieder öffnen. Äh, Patfred, danke für den Follow! Auch ein Lucky Block für dich, so! Quiz bei uns immer noch, okay? Mutti, ich bin auch aus der Schweiz. Grüezi, woher kommen? Ähm, Nuz Cerna? Nein, ich komm aus Ostschweiz. Dirk, Sirius Rioni, danke für den Follow! Einer nach dem anderen. Was schon schief an, ich werd morgen schief angehen. Doppelobenob, danke für den Follow! Alter Leute, jetzt geht das mit den Followen wieder los! Ich bin ganz so aufgerecht irgendwie. G-Time TV?! What?! Holy shit! Okay! Der echte? Moment mal, stimmt! Der steht ja sogar im Chat! Holy shit! Herzlich willkommen, Kevin! Danke für den Follow! Okay, Leute. Das gibt, ähm... Es gibt auch einen Lucky Block. Holy shit! Vielen Dank! Hallo Kevin! So, ich mach jetzt auch mal slash, ähm... Ignore... Den... Weiss... Bot... Sag so. Stille... Stille... Fake! Ne, wund... Wund, wund... Der Name steht ja hier. Der ist Gay Time TV. Ne, das stimmt! Das ist der Richtige! Tennis! Danke für den Follow! Okay, gut, wir können das ja überprüfen. So, Moment mal, Leute. Ähm... Ganz kurz rüber. Seh nicht! Danke für den Follow! Alter, Mann! Dieser Follow-O-Train mal wieder. Faker? Ne, ich glaube es war kein Faker. Wir können es ja überprüfen. So, Leute. Hier auch noch im Browser. Wir gehen hier mal auf, ähm... Wir können auch mal auf mein Profil gehen. Mal ganz kurz. Dann können wir ja, ähm... Mal schauen, wem ich so folge. So, hier auch noch Gamers Time. Cheat Time TV. Putz, Junge! Ba-bam! Okay! Also, es war kein Fake. Hier sieht man's. Es war kein Fake. Das war der echte. Vielen Dank, Kevin! Vielen, vielen Dank!